Ich hasse meine Art. Was bin ich für einen Vater? Würde ein prima Narren abgeben. Es scheint doch zu nehmen. Altersschwäche. Aber er hat sich selbst nie wirklich gut gekannt. Lass mich nicht wahnsinnig werden. Nicht wahnsinnig. Ihr Götter, lasst mich klar. Ich will nicht wahnsinnig sein. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich will nicht wahnsinnig sein. Ich will nicht wahnsinnig sein.